Wir sind richtig begeistert, heute der 1. Mai hier am Foodhotel und an der Lebensmittelfachschule. Wir sind richtig froh, dass das Wetter gehalten hat und dass schon so viele Young und Oldtimer gekommen sind, hierher gekommen sind, zu uns, unserer Einladung gefolgt sind. Ja, wenn ich sage wir, dann schlagen meiner Brust im Prinzip zwei Herzen. Einmal bin ich Geschäftsführer des Foodhotels, auf der anderen Seite bin ich auch aktiv in der IG Young und Oldtimer Neuwied, die letztendlich dafür verantwortlich ist, dass so eine tolle Veranstaltung hier stattfindet. Ja, und mein Kollege Jörg Kamandi, der Hoteldirektor, freut sich natürlich, dass er ordentlich Umsatz machen kann. Ja, genau. Und ich kann nur sagen, so viele Autos, so viele Autos hätten wir hier gar nicht erwartet, im Oldtimer, bei dem Wetter, es hält sich im Moment und wir hoffen, dass es sich auch noch weiter hält, damit wir noch richtig viele Autos sehen können. Ja, und ich kann nur sagen, so viele Autos, so viele Autos.